Moin, schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier heute mal bei der Motor Classic in Bremen. Ja, machen wir einfach mal einen Rundgang hier. Schicker Hot Rod. Ja, hier ist ja auch Hammer aus hier. Ja, hier ist ja auch Hammer aus hier. Ja, hier ist ja auch Hammer. Ich bin jetzt auch Hammer aus hier. Das ist schnauzig.